hallo leute willkommen zu einer neuen runde das ist doch aus harry potter hier kommt man doch an da ist das mädchen gefangen hier und dann kommt der fuhl mit dem schiff aber die prinzessin in dem spiel link ist das weil zelda ist ja der grüne ja ja ich dachte link wäre immer nur so ein platz halter also das ist so hallo was man hier auf meinem aussichtsturm kommt nochmal hoch und dann sag stell dich richtig vor das ist ein harter trick gehen wir bitte zur seite ok jetzt muss ich doch aber kannst du mein messer zurückgeben das alles was ich habe das muss aber da oben noch sein nein ich habe es doch geworfen du nase moment 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 da kannst du es aufheben nein ich habe klar oh mein gott kapuze das war ich aber ich blieb du bist ein magier ok ich bin ein magier ich habe schon geschossen ich habe geschossen ich habe geschossen ich komme so nach oben ich wurde angeschossen ist das nicht hier oben gewesen ist das nicht hier oben gewesen ich glaube ich kundern schießt auf mich ich höre nur kundern kundern schießt nicht du hast mich gekocht oder hast behauptet wie ich zu schießen schießt aber nicht auf dich kundern ist beim bier dann schießt euch anders auf mich das ist ein fallschaden ich lebe keiner mehr außer julie die ist es muss pain dann sein ob auf den berg vielleicht ja also da du hast nicht gesnipert julie ist und die haben beide gesnipert julie komm mit ich zeig dir den weg nach oben zum berg ich lauf auch vor du kannst in der shotgun einrücken ich bin übrigens schon vorne ich habe noch einen weg zum berg komm julie hier hoch ist ein weiter weg nimm deine runner boots warte eben auf euch nein die map ist echt weitgehend nein es sind nils sowieso maru oder nils und pain so ich hätte die ganze Zeit wieder schießen können also maru und ich hätten glaube ich gerade mehrfach aufeinander jetzt hier oben wird geschossen ja ich habe jetzt noch eine komplexe ah es ist auch noch da du also doch mein zogen das ist noch keine Waffe für dich zu hast das Boot komm her Boot das Boot Alter das war nicht schlecht dann belebe ich jetzt den pain wieder sag dann gleich wo er ist halt aber ich sehe euch nicht mehr da oben kann man echt schießen das ist ja fies komm schon warum kommt sie denn nicht an oh man ey ich habe mir irgendwann ich wollte wirklich nochmal mit dir reden sodass wir nichts gemacht haben dann gucke ich mich da hoch ist warum liegst du da hinten im Wasser ich bin der Jagger war auch nicht meine Idee dass ich da sterbe ich würde aufpassen ja nimm das ey alles was ich das komm mal da durch komm mal da durch das normale was denn warum aufpassen du kannst das auch machen achso ich habe nichts gemacht du kannst mit mir über alles reden ich werfe Shuriken und die Luft versuch dir sie zu verfangen mit dem die Shotgun haben Shurikens im Himmel achte und die kommen irgendwann wieder runter ich mag dich ich mag dich steck sie dich oben auf dem Höhlen um halter Sky-Bahn verdammt alles hier ja 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 auch ne Biertrap ist ja nett das ist ja eine Bierfalle eine echte Bierfalle eine echte Bierfalle ey da wohnt ja du schieß kaputte hey lebst du noch ja eine eine sie ist gestorben von was von meiner BMfalle ja ich habe sie offensichtlich vor ihm hingelegt du hast sie in seinen Laufweg gelegt nein er ist die ganze Zeit oben rumgetaintelt mit mir und da muss ich noch rein alter warte wer lebt denn noch oh Gott ähm Dalu Schakal Payne dann mit auch ne Dalu und Payne Schakal Dalu und Payne waren oben oben also wenn dann Dalu und Payne sein ich bin gerade die wer Dalu und Payne Schakal Dalu auf jeden Fall Schakal ja Payne vermutlich auch darf ich soll ich dann Dalu töten ja ok wenn ich den sehe töte ich ihn du traust du dich nicht mach ich easy Vlog ist breit falsche Zeit falsche Ort Dalu Dalu lebt denn der alte Shuriken Dalu 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 aber weißt du wer ich bin nehmt mich nicht umsonst den Zelda der Gerechten du willst mich also richten ich bin oben auf dem Berg auf dem Berg der tausend leichten was das war illegal aber weißt du ich bin gefährlich du weißt du ich weiß dass ich ein echter Ninja bin ne wieviel Dschungel du hast ja keine Jury ist richtig aber ich habe dich ich habe nicht verloren ich habe nicht verloren ich habe nicht verloren blöd gibt es in dem Dschungel oben irgendwo eine Waffe oder gibt es da nur Munition weiß ich nicht ich renne da immer direkt raus aber ich dachte oh nein jetzt hat Dalu meinen Boom entdeckt dann tue ich wenigstens so als ob ich ihn getötet habe dann bist du an meiner Meertürer gestorben ja ja das ist schon ein bisschen ärgerlich wer war denn der der das Superschaf mit dem Mund gefangen hat ich also ich wollte eigentlich um Maro rumfliegen und ihn ein bisschen ärgern und leider ist es ihm direkt in die Fresse gefangen lol ich dachte du hast ein Jetpack ich dachte du was passiert da eigentlich ja warum fliegt der weg nein nein ins Wasser nein wer ist denn ein Pato geistermesser jetzt hör auf mich zu geistermesser nein jetzt ist es on now it's on kaputtenwurm ihr müsst jetzt schreien ja wunderbar du hast mir auch fünf Schalen gemacht ach lol das macht damage sorry hallo ich bin der weiße Katzenhai blum 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 ich habe schon eine Waffe was ist das denn da kommt ein Boot cool Alims komm wir gehen rauf da drin gibt's Waffen da drin gibt's Waffen da drin gibt's Waffen jetzt geht es nicht oh wo du mich da oben hinstell ja ja geht's nicht ja das Ding hat halt keine Oberfläche wird denn hier irgendwo dann läuft Spitz zu dann können wir nicht oh hier drin gibt's was ja da drin gibt's Waffen oh cool ich hol mir ne Diegel komm mal ich geh da raus dann mach ich dich jetzt mit der Diegel für Sidekick das ist gut ja also guck mal da guck aufs Boot Nils hinten aufs Boot runter von Boot ne ich schieß nicht Nils hast du geschossen klar da oben ich schieß doch nicht ich schieß echt nicht ich ich schieß aber da Ja das ja, ich habe nicht geschossen. Ich aber nicht. Ich habe ne schöne Harpoon. Alims, komm aufs Tod. Warum hat der Mist gekündigt worden? Alims, komm. Oh, oh, was? Halt sie fest. Setz dich auf. Der kommt aber wieder hoch. Die sind schon gesetzt. Okay, gut, danke. Jetzt fangen wir. Alims, hat sich fest. Das ist Chloe. Woher? Juli! Juli, du hast dich nur abgeballert. Juli, du machst dich alle kaputt. Alims, bist du es, Nick? Juli. Juli, komm hoch. Ey, Flyer! Nein! Hau ab! Mann! Nein, das ist eine Insel. Das ist die Insel, wo die Schwester vom Linking hingeführt wird. Ach so. Ist die Piratenbuch. Piratenbuch? Lecker. Die Flock hat keinen Bock mehr. Die Flock hat keinen Bock mehr. Alims, ich denk jetzt etwas. Das kostet aber Mut, ja? Was denn? Jetzt, Kapuze. Jetzt, Kapuze. Mach gut. Ich glaub an dich. Nicht ertricken. Kapuze, das ist, das ist, du bist mit den Fersen im Wasser. Kapuze, ich rutsch den Berg runter, fang mich. Ich fang dich? Wo bist du? Hä? Wolltest du mich grad kennen? Ich wollte dich zum Sidekick machen. Kapuze, können wir ein klein bisschen auseinander gehen? Warum? Warum? Ich hab grad ein super Schaf gehört und ich würde gerne nicht in deiner Nähe stehen. Da kommt's! Da kommt's! Hau ab! Wir müssen auseinanderlaufen! Schieß es ab! Es hat 100 HP! Leute, habt ihr den jetzt echt umgebracht? Leute, wer lebt hier noch? Hallo? Also, mich hat's nicht erwähnt. Das macht mich nicht gerade glücklich. Wir standen, glaub ich, auseinander. Wir sind noch auseinander gelaufen. Das war wichtig. Wie lebst du noch? Ich glaube, Kapuze ist tot oder ein Mixer. Eins von beidem. Hedems! Was ist los da? Wann kommst du denn an? Ich hab keine Ahnung. Das ist wie die Deutsche Bahn. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich im richtigen Zug bin. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Ticket hab, aber ich warte auf dich. Okay. Das ist super. Das ist super. Ich hab noch ne Combo-Later. Die werf ich voran. Oh, guck mal! Ich seh schon was vom Boot. Ich bin rausgekommen. Okay, ich bin rausgekommen. Hi, Dalu. Ich seh mir davon aus, du bist böse, oder? Ne, du bist doch der Letzte. Nein, du bist doch böse. Hä? Hör auf mich zu spielen. Ich schieß jetzt auf dich. Wenn du möchtest, bist du böse. Schieß doch, Alter. Alter, ich komm jetzt in den Naka. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Wo warst du denn? Dalu ist halt, weil alle von Berg runter keiner merkt. Ich hab das schon gemerkt. Ja, du schon. Du hast den Kapuze umgebracht. Wer, war das dein Scham? Nein, das war Kunlern Scham, aber er ist durch nen Headshot gestorben. Ja. Du hast ihn vorhin abgegeben. Ja, jetzt ist Flocke weg, ne? Ja. Ja, Ragequill. Ja, ja, Ragequill. Sie hätten Besuch bekommen. Bla, bla. Ja. Du bist richtig. Du bist ein Problem, mein Freund. Wer? Welche Trailerin hast du eins, ey? Was war das jetzt? Hast du mich, die Bärenfalle war die von dir? Nein, die Bärenfalle, die im Wasser lag, war wirklich nicht von mir. Das ist aber auch, wie krass ist es denn, dass du genau da reinläufst? Ja, wahrscheinlich hat jemand das Wasser gelegt in die Bootfahrer, ne? Ja, wer war das denn wirklich? Wer war denn hier in der Augenrunde? Das war alles deine Bärenfalle? Das wäre voll die Revenge gewesen, ne. Ich verfolge mich. Wer war das denn? Kann man das... Ich möchte Kick aus der Hill spielen. Ich bin Stuntman, wenn du mich abschlägst. Hey, irgendwer hat mich red kopiert. Äh, ich hab keine Ahnung. Ja, ich glaub schon. Soll ich's wirklich machen? Ich bin das nicht. Du bist ganz schön im Betrieb, Jordenberg. Aufs Schiff, aufs Schiff einfliegt. Okay, drei, zwei, eins. Puh! Jawohl! Juli! Er darf nicht. Ah! Na gut, was macht ihr keinen Fallschaden? Juli, come on. Ich bin in Wasser gelandet, wir wissen's nicht. Oh! Oh Leute, ich bin Sidekick. Wir können das nochmal ausprobieren, aber dann ja... Das ist wie ich schade, wir schaden. Das war für das Unfälle Duell. Du hattest ne Harpune, ich ne Waffe. Wer hat Unfälle? Juli, jetzt... Hier ist einer tot. Ja? Das erklär mir jetzt. Das war's du. Nee. Juli, jetzt erklär das jetzt. Juli, heb doch mal die Leiche auf. Das ist keiner dein Blut. Juli, jetzt... Juli, drück doch mal. Nein, bitte nicht, Juli. Juli. Der hat Payne an Schoß, der hat gesoffen. Oh, Juli! Der hat Payne an Schoß, der hat gesoffen. Der hat Payne an Schoß, der hat gesoffen. Der hat Payne an Schoß, der hat gesoffen. Juli, jetzt heb doch die Leiche da. Ich hab ihr erschossen. Nein. Nein. Renn über die Leiche rüber. Nee. Nils, wenn du nicht hinter mir stehen würdest... Nee, die explodiert. Nils, mach mal die Leiche. Nils, mach mal die Leiche. Ich bin Stuntman. Ich kann sie auf jeden Fall in die Hand nehmen. Ich bin Stuntman. Nils, noch ein Geschenk. Das war ne Fake-Leiche, ja. Die verschwindet dann komplett. Ja, wenn sie ja nicht hochgehen kann. Maru, wir können nochmal... Ich hab BMW ja vollgehyped. Soll ich die wirklich nochmal abschlagen? Aber wer war denn oben auf... Maru war oben auf dem Berg. Wohin soll ich ihn schlagen? Ne Payne war oben auf dem Berg. Maru doch auch. Ich hab Payne erschossen. Go, go. Ich dachte, Payne ist runtergefallen. Ohhhh. Nein, nein. Ah, ah, ah. Oh no, fuck. David in Luft angeschossen. Es geht, David. Ich wurde angeschossen in der Luft. David in Luft angeschossen. Ja, David in Luft angeschossen. Ey, ich bin nicht da, du. Kill ihn. Ich hab nur 20... Du hast Fallschaden. Ich bin Nils. Das war ein Mordversuch. Das war einfach ein... Kill ihn. Schlag mich ab. Los, schlag mich ab. Los. Schlag wirklich? Ja, ja. Ja, er wills. Vorsicht. Er fliegt. Vorsicht, er schießt. Ich wurde abgeschossen in der Luft. Reicht jetzt auch, ja? Ihr Mörder. Ich werd immer noch beschossen. Nils. Warum bist du eigentlich für ne Rolle, dass du das überlebst? Das ist Wasser. Das ist so. War, aber... War... War geschossen. War geschossen. Hatten wir da nicht gestorben. Hatten wir da nur... Ist, glaub ich, auf den Steg aufgeknallt und die Leife... Ich hab das geschossen, aber auf wen? Okay, weil man da ja auch nochmal laufen kann. Seid ihr uns sicher, dass Dalu grad auf mich geschossen hat? Ja. Ja. Bin ich mir auch ziemlich sicher. War ich ja auch. Kapunze hat grad rumgeballert, aber ich hatte schon wieder wehen. Ich hab den Baum festgehangen bin. Hau ich noch kaputt? Anstatt zu erschießen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich war in dem Blätter. Nils, was machst du da? Oh Gott. Nils, kurz ran. Nee, kurz ran. Warum suchst du mich? Weil du Cloaking-Device. Ja und? Ich bin ja auch Agent. Hm. Das ist richtig. Da kann ich bestätigen, wenn der Agent ist. Nils will mich umbringen. Der läuft immer noch am Strand rum. Jetzt läuft er wieder nach oben. Ich hatte Angst, dass du da runtergefallen hast. Aber du hast ja auch auf mich geschossen, als ich geflogen bin. Okay. Ja. Okay. Kannst du dich nicht jetzt noch heilen, damit du noch ne Chance hast die Runde? Wer könnte mich denn heilen? Du. Kapuze ist es. Als da unten liegt die Leiche von Pain, da fällt noch Crudits hier in dem Glas. Der Wurm. Das ist halt wieder so klar. Unter dir, Mau. Der Dings war schon lange tot, der Nils. Und hat noch genug Zeit. Kapuze. Nein. Ich hätt ihn auch angesagt. Ich hätt ihn auch angesagt. Das war kapuze. Also das, 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 die erste Silbe war nach am Leben und die zweite. Komm zu euch, alt im Schwang mit. Das waren die Leiche, die da lag, die hat dann verschwunden. Es war ein Boom Buddy. Ja, und was ist der Bug? Die ist nicht explodiert. Wo wurde der Stuntman sie geöffnet hat? Echt? Ja. Die explodiert ja auch nicht. Richtig. Du bist doch sogar direkt am Tag erklärt. Du musst, du musst bedenken, der Stuntman explodiert. Ja, ich hab hier auch. Der Stuntman kann nicht explodieren. Ah, das gibt's. Ich weiß Ihnen, ich hab's nicht gehört. Okay, ich hab mich da oben versteckt, weil ich wusste, dass Trader wieder da oben redet und Snipern möchte. Ja, deswegen geh ich direkt jetzt hoch. Okay, dann muss ich nicht hochgehen. Du bist D, du darfst das. Ich bin aus nem Loch gekrochen. Ein Spartaner, der kann ja nichts machen. Nichts. Warum? Ich hab nen Defi gekauft. Wieso? Hast du was gekauft? Dann, falls mein Traitor-Kollege stirbt, dass ich ihn wiederbeleben kann. Ah. Ich hab nen Deathfaker. Ey, es sieht halt aus wie ein Defi. Warum bist du stehen geblieben? Weil ich dachte, du hast ne Sidekick-Diegel in der Hand und da wollte ich mich abschießen lassen. Aber dann hab ich gemerkt, das ist eine goldene Diegel und dann wollte ich mich nicht abschießen. Warum willst du dich davon nicht abschießen? Weil du vielleicht Traitor bist. Sonst... Ja, stimmt. Ja, kurz. Kann man da rein? Nein, kann man da nicht. Naja. Oho, 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 oho. So wird Holz klein gehackt. Ey, ist, ist da was drin? Wimbrühe? Ihr da müsst schon wieder einen Schaden bekommen? Nice. Ja klar, ich hab immer einen Schaden. Wenn wir den Schaden haben, dann auch für den Spott nicht zu sorgen. die ganze reihe einfach weg macht also nicht die ganze aber was ist los ist tot aber hier sind alle gewesen ganz hinten ist einer hinterm berg auf dem schiff meinste da hinten oder nicht es kennt kommt jetzt sofort ja alle dahinter wenn ich nix mehr sehr ja damit machen wir doch keiner mehr oben bei dem haus ist aber das ist was du bist ich habe gehofft dass ihr sagt dann gibt es einen jackal weil keiner sagt es gibt weil sich keiner mit gebrüstet hat dass ich tot bin langweilig ich bin unter dem wasser da habe ich meine leiche wieder ich muss die wieder in meinen automaten packen einer ist an der bärenfalle gestorben übrigens falls ihr das noch nicht wusstet wer war denn der bärenfalle leger julie hat die bärenfalle gelegt ich hab's nämlich gesehen als ich tot war ok julie zum tippen ja als meine leiche der haupteckt war ja was bist du denn ja das hab ich mal ganz genau getötet ich hab nur ne pistole aber wenn wir in gold nein das ist so ein bisschen wie man konnte gab es so ein achievement oder so wenn man die vase hier weggeschossen hat von dem berg von der frau seit wann gab es bei zelda bögen das kann überhaupt nicht stimmen bei zelda gab es keinen bogen wer schnippert hier so doof julie ist halt wirklich da hinten in der ecke und einer könnte noch auf sie hier bin ich ich treff dich noch ja warte ich hab hier eine strafe moment ja kommt doch her das müssen wir schon auge um auge hier machen nicht schnippern schnippern ich schnippe aber mit der pistole ich schnippe mit der pistole oh Lidl aim ey Lidl ist gut hey wo bist du weiter links genau da das ist ja langweil komm her das ist schon echt heftig wie ich nichts dresch das ist schon echt heftig wie ich nichts dresch Maru wir sind so schlecht du denkst doch auf dem schakal die treppe ja und es ist es ist schon ziemlich arm oh shit und ihr seid angst hart und ich finde es übrigens doof dass man nirgendwo ein spray hier drauf machen kann ich kann mich nirgendwo treffen mach go scheiße letzte runde warum bin ich heute so scheiße warum hast du mir nicht geholfen sie hat eindeutig auf mich geschossen ja ich war aber mega verwirrt ich dachte vielleicht hättest du auf sie vorher weil Capuzzi sie halt auch geschossen hat blöder kummer ja Capuzzi hat auf dich geschossen die Juli verfehlt 10 mal und du triffst mit der scheiß Goldigel einmal und hast mich blödes ich musste zweimal schießen deswegen hatte ich auch keinen Schuss mehr für Juli ja aber ich hab die Goldigel hat ja zwei Schüsse der erste ist vorbeigegangen ja hast du das zweimal geschossen ja ich hab zweimal mit der Goldigel auf dich geschossen der zweite Schuss hat getroffen aber trotzdem und das hat gereicht warum hast du zweimal nachdem ich mit der Dings nachdem ich mit der Schuldigel auf dich geschossen hab danach hab ich zweimal auf dich geschossen ach so ok ok also erst dann da davor bin ich auf dich geschossen äh mini mensch hallo Nils keiner Nils keiner Nils we love this boat love boat ich bin auf dem boat alles im load auf dem boat mhm der verfolgt du hörst mich nicht kann ich euch schnell machen hallo fang hier war wieder ein einzelner Dingschuss pang pang schau mal ich bin ein leichtathlet ein leichtathlet bist du ein Sport die Einzigen die da waren waren pain und Kapuze oh pain hat mich runter gemacht hallo Julie ha ich bin auch du grüße hallo hallo Julie Nils hat grad Items erschossen Nils hat grad Items erschossen wo sind sie äh Items ist glaube ich runter gefallen ich glaube aber Nils hat was gesehen ich glaube Items war der böse und ich hab den falschen erschossen ja er muss was gesehen haben er hat sich nur so von ihnen angestiegen weil der klein war hab ich schon hauptlich halt angestiegen das wurde oben wahrscheinlich oder oben sind alle tot also es waren ähm Nils und Items ja warum wurde keiner von Nils ähm Nils ist leider tot achso leicht wieso leider weil er einen Traitor erschossen hat aber warum leid achso ja er hat einen Traitor nein achso ah jetzt check ich's lol lol keine Sorge Katze ist zwar tot meine eigene Katze rennt hier vor mir in der Nase rum ich bin auf der Brücke ich bin der Brückenbub hyper bro oh fucking nie Dalu ist es Dalu ist es Dalu ist es Dalu Dalu ich bin der Dalu ich bin der Hör auf Dalu Dalu und Kapuze sind zum Töten vorgegangen ne ich hab Dalu gekillt wo schwimmt er denn hä? da ist er der Plan Specken da du Sidekick war er Sidekick war gekillt wer war denn bei ihm oben ich hab ihn grad gekillt ja ich war ja du wirst ihn nicht getötet haben als Reldkick er war zum Sidekick ah ne um dich mal gekillt aber die Frage ist wer bei ihm oben war der ihn zum Sidekick gemacht hat ich ne ne Payne du bist mir doch nachgelaufen oder? ja der war ja schon aber Sidekick ja aber da warst du noch nicht oben ja er schieß ihn einfach Payne soll ich dich jetzt mördern? nein na gut du hast schon recht ja der sagt na wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Juli lebst du noch? also ich lebe noch ja reinspringen Juli lebst du auch Juli lebst du auch noch? ja ich lebe noch es muss Maru sein es gibt ne unkonformte Leiche hinter dem Haus ich will die mir alles so gut zeigen achso er hat auch gesagt Maru ah ne kapuze war die ganze Zeit bei ich war die ganze Zeit bei genau es muss Maru sein es muss Maru sein ich war die ganze Zeit zusammen ja ja ist das eine erlaubt oder nicht mehr oder? nein verboten das ist der Walter gehe ich auch nicht hinter nein nein nicht in den Walter sein der letzte ist Maru also wirklich ein Trailer sein oder Juli wenn du Juli siehst kannst du auch erschießen ich knall die auch ab ist mir wurscht weil wir haben einen Jackal und wir waren die ganze Zeit wo ist denn das? zeig mal es sind übrigens noch zwei es sei denn Dalu war wir vermuten Juli und Maru vermuten wir Dalu du bist noch nicht im Verdacht der Verdächtig ja darüber Dalu die ganze Zeit Kapuze und ich waren die ganze Zeit zusammen das können wir beide ja ich bin gerade nein nein es kann keinen weiteren Sidekick geben weil Dalu war ja Sidekick genau es muss Maru sein oder Juli halt wenn wir Juli sehen aber ich glaub Juli ist groß ich glaub das ist nicht schlimm Maruuu ja Kapuze Maruuu ja Pan haben wir schon mit unser Telekif spüren hast da vorne ist Maru wo 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 da hinten ne das ist Konon sorry Konon da ist Maru wo? da oben? schieb nach mit dem Schieb zurück hä? fuck ne oder? scheiße wirklich Maru? ich weiß die waren bestimmt auch nein jaaa wir haben es doch geschafft Mann Kontran was machst du? Maru hat die ganze Zeit noch nicht auf mich geschossen es tut mir leid dass ich dich verraten musste ich hätte dich auch erschossen aber Nils hat mir den Kiel geklaut ich wollte dir den Headshot drücken alles cool ich verstehe doch nicht wie ich Juli nicht treffen konnte warst du ja das bestimmt ich war Traitor gewesen letzte Runde war es schon überschnanken cool wenn es euch gefallen hat oh Nils will noch eine kommen wir bleiben noch drauf letzte Runde jetzt jawoll Nils alle danke Nils Nils darf heute mal länger wach bleiben ey krass Nils wir sind Cola getrunken geht schon ich hatte es halt ausgenutzt dass die so verdächtig waren die beiden zusammen xxl Folge für die Fans was darfst du nicht auf dich zuerst zu schießen Alter xxl ich wollte unbedingt dann schnell Items als erstes killen bevor er halt checkt dass ich kein nicht mal sein Kollege pin xxl xxl ok so jetzt kommt das Fass Sparacus Sparacus wenn ich eine Bärenfall auf das Boot liege fährt die Bärenhalle mit und bleibt in der Luft hängen ist das ja ist auch in Ordnung ok ist das klappt nicht was gehts äh Alter hat gerade die Fans weggetreten er ist down das ist so ein Typerschrecken das war aber beide oh er war die oh er war die wahrscheinlich war Julie sogar ihr Target wurde gecalled das ist ja Lalo möchte ich jetzt mal eine Bärenfall auf das Boot was passiert schau mal ich zeig dir was da die Runde ist auch doof noch ne Runde aber schau mal hup so wie ist das lustiges Mal je länger kannst du die Luft anhalten mir geht nicht ach ok was hab ich in ein Spielchen ja ja mach mal hopp ich werde beschossen ich werde beschossen ich werde beschossen gepulsen es muss schnell gehen ja was das geht denn was hast du noch du bist doch bestimmt low oder ich dachte auch gerade irgendwas 5 zu groß nein nein nicht weiter ok warte auf Baru Harpune ja ok Achtung los gib ihm oh Julie wer war's so roll das Fass hä ist doch nicht dran roll das Fass oh fuck oh fuck oh fuck ich bin deine Waffe es muss Maru sagen aber ich bin beschossen Pain is it Kapuza hat Nils getötet he 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 auch Maru hat geschossen Leute hier werden Leute getötet Dalu ich bin deine Waffe nicht mich ahaha keiner hört ok komm jetzt machen wir Enrage warte 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 5 Sekunden oh fuck ich bin safe mir passiert nix irgendeine oh Moment was soll denn die scheiße neben mir ist das so nix hallo lebst du noch Juli du auf dich wird geschossen auch monkeis au hörts ab zu schießen wir schießen da hinten ich sehn ah ah Juli am Ende der Brücke oben oh Gott hyperbro ja da oben ok Maru die machen wir jetzt fertig ok erstmal schieße ich dich oh Gott ja toll ey legst du ne Mikrowelle hier aufm Weg pass auf hier das ist ne Mikrowelle ok warte ich regel das ähm Pain ist es du hast es zu mir umgedreht sorry sorry da geh ich weg ey cool Kiekakundran ist es kann man voten Kiekakundran du weißt wo ich stehe warum willst du auf mich voten ich voten Kiekakundran ist böse die man in einer Weise nutzen kann oh Gott die Mikrowelle ist schon weg ja die Mikrowelle habt ihr leider schon weg gemacht Kiekakundran wo bist du Kiekakundran der Kunde Votet doch Kiekakundran er ist doch gevotet ich bin doch schon gevotet wo ist er ich sehn wo ist er ich sehn wegen na da oben Kiekakundran ich seh dich doch Achtung 3 Juli 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 ich bin bis oben oben ist Kiekakundran 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 ja wurscht guck mal ich muss Payn vertrauen in Payn Jackal ist nicht mehr zu ich muss noch unten ja Payn war Jackal bleib stehen bleib stehen bleib stehen sehr gut jetzt sind wir in einem Team ja absolut jetzt ist ihr Payn Jackal ihr Doofis ich bin kein Jackal Payn war Jackal ich glaube ich erst die als ich die erschossen hab oh war das ein gut platzierter Teleporter yeah boy schade mir ist zu klein Leute wenn ich das Rindchen gefahren habe lass es gleich bis zum nächsten Mal macht's gut tschau tschau bis zum nächsten Mal